Sie operieren alleine hinter feindlichen Linien und müssen feindliche, hochrangige Offiziere oder Führer eine Aufstandsgruppe ausschalten. Man hört sie nicht, man sieht sie nicht, aber sie wissen wo du bist. In diesem Video geht es um die 10 tötigsten Scharfschützen aller Zeiten. Nummer 10. Rob Furlong Rob Furlong ist ein ehemaliger Korporal der kanadischen Streitkräfte, der im Jahr 2002 durch einen Präsidionsschuss bekannt wurde. In 2430 Meter Entfernung lokalisierte Furlongsbeobachter einen MG-Schützen der Taliban, auf den Furlong daraufhin feuerte. Insgesamt benötigte Furlong drei Versuche, um ihn tödlich zu treffen. Das erste Projektil verfehlte sein Ziel. Der zweite Schuss traf den Rucksack des Taliban, obwohl dieser das bemerkte, verließ er seinen Schützenstand nicht. Der dritte Schuss war bis dahin der aus der größten Entfernung unter Kampfbedingungen erzielte Treffer. Nummer 9. Greg Harrison Während seines Einsatzes in Afghanistan führte Greg Harrison 2009 mit ca. 2475 Metern den weitesten tödlichen Präsidionsschuss aus. Harrison befand sich in einer großen Entfernung zu den feindlichen Schützen. Mit etwa 2475 Metern waren die Ziele damit etwa 1000 Meter außerhalb der effektiven Reichweite seiner Waffe. Laut Harrison und seinem Beobachter waren es die idealen Wetterbedingungen, sodass es ihm gelangt, nach insgesamt neun Schuss zur Visierausrichtung den feindlichen MG-Schützen mit dem zehnten, jedoch ersten gezielten Schuss zu treffen. Nummer 8. Sang Taufang Sang Taufang ist Chinas berühmtester Meisterschaftsschütze, nachdem er zwischen 71 und 214 Abschüsse während dem Koreakrieg tätigte. Das Beeindruckende daran ist, dass Sang Berichten zufolge diese Tötung in nur 32 Tagen absolvierte. Leute, ich hab's nicht so mit der Namsaussprache, deswegen verzeiht mir mal, wenn ich mal statt Sang Taufang Bang Baoban sage. Und ehrlich gesagt, ich möchte auch jetzt nicht nochmal 10 Minuten pro Name googeln müssen, wie man den ausspricht, deswegen einfach Pssst. Nummer 7. Carlos Hathcock II. Carlos Norman Hathcock II. war ein amerikanischer Scharfschütze der US-Marine. Er hatte 93 bestätigte, sowie laut eigener Aussage über 200 unbestätigte Abschüsse. Hathcock II. gilt aufgrund seiner Abschüsse und einiger anspruchsvoller Operationen im Viabnan-Krieg als Legende der US-Marine. Er dient noch heute vielen Scharfschützen als Vorbild. Wegen einer weißen Feder auf seiner Kopfbedeckung wurde er von den Viabnesen mit den Spitznamen Weiße Feder benannt. Hathcock sagte mal, das war mein Markenzeichen, damit zeigte ich ihnen eine lange Nase. Scharfschützen machen sowas normalerweise nicht, aber ich war nicht normal. Nummer 6. Ardebert Woldwan. Ardebert Woldwan war ein Scharfschütze der US-Armee. Bis 2011 hielt Woldwan den Rekord für die meisten bestätigten Abschüsse aller amerikanischen Scharfschützen mit insgesamt 109 Tötungen. Diese führte er im Vietnamkrieg aus. Nummer 5. Chris Kyle. Christopher Scott Chris Kyle war ein US-amerikanischer Scharfschütze. Mit über 160 bestätigten Abschüssen ist er laut US-Verteidigungsministerium der Scharfschütze mit den meisten Tötungen in der Geschichte des US-Militärs. Er erhielt während seiner Dienstzeit 14 Auszeichnungen, darunter zweimal den Silver Star und fünfmal den Bronze Star. Am 2. Februar 2013 wurde Kyle zusammen mit seinem Freund auf einen Schießplatz in Texas erschossen. Bei dem Täter handelte es sich um einen Veteran des Irakkriegs. Seine Autobiografie American Sniper wurde zum Bestseller und 2014 verfilmt. Ich habe den Film mehrmals schon gesehen. Ist ziemlich krass und kann ich nur weiter empfehlen. Nummer 4. Ludmila Mihalowna Pavlitschenka Ludmila Mihalowna Pavlitschenka war eine sowjetische Scharfschützin. Mit 309 bestätigten tödlichen Treffern zählt sie zu den effizientesten Scharfschützen des Zweiten Weltkrieges. Im Juni 1941, der Überfall auf die Sowjetunion, war sie gerade mal 24 Jahre alt und studierte Geschichtswissenschaften an der Universität Kiew. Sie meldete sich als Freiwillige an die Front. Damit gehörte sie zu den rund 2000 weiblichen Scharfschützen in der Roten Armee, von denen lediglich etwa 500 den Krieg überlebten. Kommen wir zu den letzten drei tödlichsten Scharfschützen. Nummer 3. Matthäus Hetzenauer Matthäus Hetzenauer war ein österreichischer Scharfschütze im Zweiten Weltkrieg und stand im Rang eines Gefreiten. Er gilt mit seinen 345 bestätigten Treffschüssen als der erfolgreichste Scharfschütze der Wehrmacht. Nummer 2. Vasilij Grigoyevich Zaysev Vasilij Grigoyevich Zaysev war ein sowjetischer Scharfschütze während des Zweiten Weltkrieges. Er zeichnete sich besonders während der Schlacht von Stalingrad aus und war Vorlage für einige Bücher, Filme und Computerspiele. Insgesamt soll er 292 deutsche Soldaten getötet haben. Zusätzlich leitete er eine Scharfschützenschule in den Ruinen einer Chemiefabrik, wo er 28 Soldaten ausbildete, die ihrerseits angeblich 3000 deutsche Soldaten töteten. Nummer 1. Wer den Namen aussprechen kann, ist wirklich gut, ich hab da so meine Probleme. Simu Hehe Simu Hehe war ein finnischer Soldat im Winterkrieg. Das war der Krieg zwischen Sowjetunion und Finnland. Von den Soldaten der Roten Armee wurde dieser Scharfschütze als weißer Tod bezeichnet. Hauptsächlich mit einer finnischen Vision der sowjetischen Mosin Dagant ausgerüstet, tötete er mehr als 500 sowjetische Soldaten. Insgesamt beträgt die Anzahl der Abschüsse möglicherweise über 700. Damit hat er die höchste Anzahl von bestätigten Tötungen eines einzigen Scharfschützen in einem Krieg. Am 6. März 1940 wurde Hehe durch den Schuss eines sowjetischen Scharfschützen im Gesicht getroffen. Das Geschoss drang in den Kiefer ein, rotierte und hinterließ beim Austritt eine schwere Kopfverletzung. Ein Scharfschütze zu sein ist nicht nur brutal, sondern verlangt ihn auch viel ab. Derjenige, der das Geweh in der Hand hält, weiß nicht wann er es wieder ablegen kann. Manchmal liegen Scharfschützen tagelang auf einem Fleck und warten auf das Ziel. Sie essen und trinken, während sie durchs Zierrohr schauen. Und manchmal haben sie keine andere Wahl, als in die Hose zu machen. Das sind mal wortwörtliche Hosenscheißer. Meine Lieben, das waren die 10 tödlichsten Scharfschützen aller Zeiten. Ich verachte Krieg und finde, dass nur im Videospielen geballert werden sollte. Gib mir einen Daumen hoch für ein Gewehr weniger auf dieser Welt. Dadurch können wir keine Leben retten, aber immerhin die gleiche Meinung teilen. Leute, bis zum nächsten Mal.